Fußball Spanien Prognose für den Spieltag am 28.02.2009 Autoseltsamkenzi Endresultat Endstand Spain Endresultat Endstand Die Prognosen sind in zwei Sparten aufgeteilt, und zwar 1. die Prognosen für den Endstand des kommenden Matches 2. die Prognosen für den Halbzeitstand des kommenden Matches Es ist dabei unbedingt zu beachten, dass die Prognosen jeweils für das Team erstellt sind, also insgesamt zwei Prognosen pro Match Beim Tippen oder Wetten müssen sie gegebenenfalls die entsprechenden Prognosen umformulieren, je nach Spielpaarung Wenn es in der Prognose zum Beispiel heißt Almeria 2 zu 1 und für Barcelona ESP 1 zu 0, so gilt das immer aus Sicht des Teams Wenn dann die Spielpaarung heißen würde, Almeria gegen Barcelona ESP Wäre zu tippen, Almeria mit Tipp 2 zu 1 und 0 zu 1 Würde hier zum Beispiel die Spielpaarung Barcelona ESP gegen Almeria lauten Dann müsste der Tipp für Barcelona ESP lauten, 1 zu 0 oder 1 zu 2 Die nachfolgenden Prognosen für jedes einzelne Team müssen also Entsprechend der angesetzten Spielpaarung gestaltet und getippt werden Hier nun die Prognose für das kommende Match für jedes einzelne Team Almeria 2 zu 2 oder tipp 0 Barcelona ESP 1 zu 1 oder tipp 0 Barcelona FC 4 zu 1 oder tipp 1 Wilbau 2 zu 2 oder tipp 0 Getafe 1 zu 1 oder tipp 0 Guion 0 zu 3 oder tipp 2 Huelva 1 zu 1 oder tipp 0 La Corona 0 zu 1 oder tipp 2 Madrid Atletico 1 zu 1 oder tipp 0 Madrid Real 5 zu 0 oder tipp 1 Malaga 3 zu 1 oder tipp 1 Malocca 1 zu 1 oder tipp 0 Numankia 0 zu 2 oder tipp 2 Rosasuna 1 zu 1 oder tipp 0 Santander 1 zu 1 oder tipp 0 Sevilla Betis 2 zu 2 oder tipp 0 Sevilla FC 1 zu 1 oder tipp 0 Valencia FC 1 zu 2 oder tipp 2 Valadolid 1 zu 2 oder tipp 2 Villarreal 2 zu 1 oder tipp 1 Als letzter Spieltag wurde bei diesem Endresultat Endstand Prognosen berücksichtigt der 21.02.09 Und hier zur Information, wie die Teams an diesem Spieltag Endresultat Endstand zuletzt am 21.02.09 Gespielt haben Almeria 1 zu 1 Barcelona ESP 2 zu 1 Barcelona FC 1 zu 2 Bilbao 1 zu 1 Getafe 1 zu 1 Guion 1 zu 2 Huelva 1 zu 1 La Corona 1 zu 1 Madrid Atletico 0 zu 1 Madrid Real 6 zu 1 Malaga 3 zu 1 Malorca 1 zu 0 Numankia 0 zu 2 Rosasuna 2 zu 0 Santander 0 zu 1 Sevilla Betis 1 zu 6 Sevilla FC 1 zu 0 Valencia FC 1 zu 1 Valadolid 1 zu 3 Villarreal 2 zu 1 Endresultat Endstand Spain Sekunder Division A Endresultat Endstand Die Prognosen sind in zwei Sparten aufgeteilt, und zwar Erstens die Prognosen für den Endstand des kommenden Matches Zweitens die Prognosen für den Halbzeitstand des kommenden Matches Es ist dabei unbedingt zu beachten, dass die Prognosen jeweils für das Team erstellt sind, also insgesamt zwei Prognosen pro Match Beim Tippen oder Wetten müssen sie gegebenenfalls die entsprechenden Prognosen umformulieren, je nach Spielpaarung Wenn es in der Prognose zum Beispiel heißt Alaves 2 zu 1 Und für Alba Kete 1 zu 0, so gilt das immer aus Sicht des Teams Wenn dann die Spielpaarung heißen würde, Alaves gegen Alba Kete Wäre zu tippen, Alaves mit Tipp 2 zu 1 und 0 zu 1 Würde hier zum Beispiel die Spielpaarung Alba Kete gegen Alaves lauten Dann müsste der Tipp für Alba Kete lauten, 1 zu 0 oder 1 zu 2 Die nachfolgenden Prognosen für jedes einzelne Team müssen also Entsprechend der angesetzten Spielpaarung gestaltet und getippt werden Hier nun die Prognose für das kommende Match für jedes einzelne Team Alaves 1 zu 2 oder Tipp 2 Alba Kete 1 zu 1 oder Tipp 0 Alikante 1 zu 2 oder Tipp 2 Castellon 2 zu 1 oder Tipp 1 Cordoba 1 zu 1 oder Tipp 0 Alba 0 zu 1 oder Tipp 2 Elke 2 zu 0 oder Tipp 1 Gerona 1 zu 2 oder Tipp 2 Gimnastika Tarragona 1 zu 1 oder Tipp 0 Herkules 2 zu 1 oder Tipp 1 Huesca 0 zu 1 oder Tipp 2 Las Palmas 0 zu 1 oder Tipp 2 Levante 2 zu 2 oder Tipp 0 Mokia 2 zu 1 oder Tipp 1 Salamanca 2 zu 2 oder Tipp 0 San Sebastian 1 zu 1 oder Tipp 0 San Sebastian 1 zu 1 oder Tipp 0 Sevilla Atletico 0 zu 2 oder Tipp 2 Teneriffa 2 zu 1 oder Tipp 1 Vigo 1 zu 1 oder Tipp 0 Als letzter Spieltag wurde bei diesem Endresultat-Endstand-Prognosen berücksichtigt der 21.02.09. Und hier zur Information, wie die Teams an diesem Spieltag-Endresultat-Endstand zuletzt am 21.02.09. Gespielt haben Alaves 3 zu 2 Alpacete 2 zu 0 Alicante 1 zu 3 Castellon 0 zu 2 Cordoba 1 zu 2 Aiba 0 zu 0 Elke 2 zu 0 Girona 2 zu 2 Gimnastika Tarragona 3 zu 1 Herkules 2 zu 1 Huesca 0 zu 0 Las Palmas 0 zu 1 Levante 2 zu 3 Mokia 1 zu 0 Salamanca 2 zu 2 San Sebastian 1 zu 2 Saragossa 0 zu 2 Sevilla Atletico 0 zu 1 Teneriffa 0 zu 0 Vigo 1 zu 2 Ovulina Atletico 0 zu 1 Gotze 0 zu 1 Teneriffa 0 zu 1